Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring Let's Play. Mein Name ist Profi Amateur und ja, wir sind in dieser einen Gruft, wo wir ja diese beiden Eierköpfe platt gemacht haben. Diese, wie heißen die? Kürbisköpfe oder so, ne? Und hatten ja uns was Schönes aus der Kiste geholt. Gut, unser nächster... Ah, da sind auch diese... Ja, diese... Oh ja, genau, die meine ich. Alter, ich bin ja weg hier. Der hat mir ja letztes Mal richtig den Arsch verbrannt. Da muss ich mich jetzt mal hier aus den Ruinen in Sicherheit bringen, ne? Wir hatten... Unser Auftrag war ja eigentlich hier in den Ruinen den Keller finden, ne? Weil wir wissen ja, Keller gleich Ruine. Das haben wir geschafft. Und ich habe auch gerade gesehen, weil wir ja hier diese beiden Kürbisköpfe eliminiert haben, dass wir wieder genug Ruinen haben, um aufzusteigen. Joa, und dann würde ich sagen, wir hämmern weiter in Geschicklichkeit rein. Weil es skaliert jetzt immer höher. Ihr seht ja, hier, ne? Also das ist richtig gut für das Bild, was ich jetzt gerade spiele. Denke ich mal nicht so die schlechteste Idee. Vielleicht gehen wir auf 45 hier hoch. Dann nochmal ein bisschen Kraft und vielleicht noch ein bisschen in... Dass wir Mana bekommen, Fokuspunkte. Hatte ich ja eigentlich auch schon vor 20 Leveln vor. Aber ich habe mich ein bisschen unentschieden und gemerkt, dass wenn wir Geschicklichkeit weiter pushen, da richtig auch was rumkommt, ne? Okay, wir müssen natürlich jetzt mal schauen, wo wir jetzt... Ah, da sind diese Viecher. Wo wir jetzt am besten lang reiten wollen. Also wir sind ja jetzt hier. Diese Markierung kann ich wegmachen. Und wir waren in den Ruinen, ne? Also von daher... Sage ich mal, wir reiten jetzt mal hier rechts rum. Gucken uns das an. Und arbeiten uns hier von links nach rechts immer. Und gucken, ob wir irgendwelche Points of Interests finden. Hier haben wir irgendeine Fingerleserin. Okay, das ist ein NPC. Da können wir dann auch nochmal schauen. Aber ich würde jetzt hier so ein bisschen weiter nach Osten reiten. Gucken. Und wenn da nichts ist. Osten ist ja da. Da müssen wir ja quasi an den Viechern hier vorbei. Da ist ein großer Turm. Das wäre jetzt so ein Marker für mich, ne? Da schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier eine Höhle oder... Keine Ahnung, irgendwelche Viecher, so wie der hier. Mal hier für die Folge zum Warnwerden. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ey, ey, ey. Kommt da, weil ihr... Herangesprungen, das Viech... Wo, jetzt sind die zu zweit? Das ist natürlich schon nicht so geil. Aber auch das kriegen wir in... Da haben wir ja gut jetzt in Geschicklichkeit investiert, dass wir auch mal richtig reinhämmern, ne? So, hier haben wir eine Riesenschlucht. Ah, da fällt mir auch ein. Wir hatten ja in der letzten Folge hier so eine... Genau. Die wird ja auch jetzt angezeigt. Das ist ja geil. Also das ist jetzt auch neu von dem Patch, der jetzt aufgespielt wurde, ne? Also ich hatte ja so eine Statue, eine Statuette hier freigeschaltet. Und die haben wir ja aktiviert. Und die hat ja dann quasi ihren... Ihren Strahl oder ihren Nebel. Der ging dann so nach unten. Also das geht jetzt ganz steil runter. Zu diesem Baum. Und hier ungefähr müsste eine Höhle sein. Also zumindest war es immer so, dass der grob die Richtung zeigt. Also von daher machen wir hier mal ein... Hier sowas wie so ein Haus. Damit wir wissen, alles klar, da ist eine Höhle. Gut, hier können wir, glaube ich, rüber. Mal schauen, wo wir jetzt genau sind. Also das hier wäre jetzt so ein Marker für mich. Den können wir markieren. Und ansonsten dieses Riesengebäude. Wobei, das ist mir schon wieder suspekt. Aber das ist das hier vorne. Aber da können wir ja auch gleich mal... Jetzt wird es dazu regnen. Okay. Wie aus dem Nichts fängt es an zu regnen. Ist das ein Drache? Der da hier so... sich an den Steinen rubbelt? Sieht fast so aus, ne? Ist der angreifbar? Lebt er noch? Ne, der ist tot. Aber da vorne, das ist doch irgendwie eine Hütte oder sowas. Müssen wir jetzt mal... genauer das Begutachten. Oh, Schafe. Die beste an der Schafe sind eine Pflicht. In jeder Folge ein Schaf. Alter! Alter Schwede. Was war denn da jetzt los? Okay. Ich wollte noch nur ein Schaf töten. Aber da hat er uns mal richtig einen verplättet. Da müssen wir jetzt mal ganz schnell hoch. Da oben ist er. Guckt runter. Wartet auf uns. Und wir kommen auch. Jetzt aber richtig, mein Freund. Da hat er uns mal ganz schnell den Arsch aufgerissen. Da war ich nicht konzentriert und hab mich nicht... War nicht ganz bei der Sache, weil ich die Schafe töten wollte. So easy ist es dann doch nicht, ne? Ist da auch ein Ort der Gnade? Tatsächlich bin ich voll dran vorbeigeritten, weil ich hier den riesen Drachen da gesehen habe. Umso besser können wir nämlich, falls das jetzt so ein ultimativer Fight wird hier, auch ganz schnell wieder hier respawnen. Ah, zum Turm breiten wir auch gleich mal. Also erstmal holen wir unser Zeug. Kann ja wohl nicht sein, ne? Dass wir hier so easy von dem weggemacht werden. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Mein Freund, wo ist jetzt unser Zeug? Oder hat er... Hä? Habe ich keine Ruhe gehabt mehr, oder was? Kann ich sein? Wo bin ich denn gestorben? Ah, nee, da vorne. Das war... Hier irgendwo. Ah ja, da waren wir scharfen. Seid, ja genau. So, jetzt, mein Freund. Ups. Ich hab ein Schaf anvisiert. Das war das Problem. Das macht er sich schön zu... Alter. Das macht er sich schön zu... Ey, jetzt kommt hier das Schaf an. Bepisst euch, Alter. Muss ich aber was trinken? Die Agro, die Schafe sind, ne? Die hat er auch nicht angesetzt. Der Sack. Ey, der ist aber hart. Der ist wirklich hart. Mein lieber Herr Gesangsverein. Was ist denn mit dem los? Warum geht denn der so ab? Ah, da vorne an der Hütte war auch nochmal ein Ort der Gnade. Also von daher... Ah, die Schafe. Was war deren Auftrag hier eben? Moment mal. Jetzt machen wir das mal anders. Also, das wäre jetzt... Nicht mit dem Commander, ne? So, erstmal in mir. Ich will jetzt mal gucken. Hey, sie will sie hier automatisch ein Schaf an. Das ist echt mies hier. Mensch. Die Kamera macht mich wahnsinnig. Na, komm mal her. Schön ausgewichen. Ah, der hält echt mehr aus, ne? Keine Ahnung, was das für ein Fieber war. So, und du Schaf, weil du mich vorhin so geärgert hast, kriegst erstmal auch noch einen. Das ist ja echt interessant, eben. Dass ich hier oben schon mehr Probleme habe. Vielleicht, ich... Guck nochmal auf die Karte. Vielleicht ist hier auch so eine Grenze. Dass hier die etwas stärker sind, ne? Und wir uns vielleicht... Hier auch noch übernehmen könnten. Aber, keine Ahnung. Wir holen jetzt mal ein Zeug. Boah, da sind ja nochmal zwei von den Viechern. Wo ist denn unser Zeug da? Na, und die lassen wir jetzt mal liegen, weil... Die Schafe, das macht mich echt wahnsinnig hier, ne? So. Lass mal einen mitbekommen. Ach, da ist ein Händler. Unten Ort der Gnade. Gut, dann aktivieren wir das mal. Und schau mal, was hier da... Zerbein! Nein, Entschuldigung, Mann. Alles gut, alles gut. Ja, also... Ich würde gerne was kaufen, ne? Hat er hier irgendwelche... Ach, hier kann man die Samurai-Rüstung kaufen, die ich ja von einfach an hatte. Tatsächlich. Was ist das hier? Schotterstein. Okay, verlorene Kriegsasche zum Duplizieren können wir hier noch holen. Okay. Aber er hat keine Steinschwert-Schlüssel, die wir ja benötigen. Ich höre hier ein Skarabeus irgendwo. Einmal hier eine Rune holen, ne? Da ist der Skarabeus. Oh, der... Oh! Weg ist er. Das war wieder so einer, der sehr schnell verschwindet. Den muss man dann halt... mit dem, äh... mit dem Bogen bekämpfen, tatsächlich. Gut, da müssen wir hier nochmal hin, wenn der wieder respawnt. Oder despawnt. Ähm... Von daher... geht's jetzt von den Ruinen einfach nach Süden jetzt mal weiter. Wir machen jetzt mal den östlichen Teil Richtung Lim... Oder den westlichen Teil Richtung Limgrave. Und werden uns dann weiter nach Osten und Norden vorkämpfen. So war eigentlich sowieso mein Ziel. Ah, das war schon eben auch ne... ganz schöne, ähm... Umstellung. Also, da waren... Da waren nicht mal easy so drei, vier Schläge. Da... Für den brauchte ich schon fast zehn Schläge, ne? Da merke ich schon... Oh, das ist klar. Buu. Die sind dann vielleicht doch ein bisschen zu hart für mich. Beim jetzigen Zustand. Oh, hier ist die Fingerleserin. Hello? Muss ich absteigen, oder? Jo. Jo. Please. I can read them. Your fingers. Please. Your fingers. Ist ja gut, Mann. Du kriegst schon mal den Finger. Jo. Oh, bless you. Are you one for festivals or flowers? To the south. A grand festival to make the stars turn. To the east. The heart and bud Of a flower to be. But dare you enter Into the heart Of the scarlet rot. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Mach doch nix. Ich werde schon das Fest nicht stören. Oder doch? Das ist eigentlich mein Ziel. Ähm, wir... Was ist da? Hatten wir den schon aktiviert? Tatsächlich. Okidoki. Dann geht's halt weiter. Was haben wir denn hier alles Schönes? Da vorne ist... Ein Lager. Und da drüben ist eine Burg. Machen wir jetzt mal... Die Sachen hier... Die hier oben sind. Auf der rechten Seite. Von dem Weg, sag ich mal. Ja, wir schauen nochmal... Also da waren wir ja. Bei den Ruinen. Da ist eine Truhe. Dann machen wir die doch. Ja, das ist einfacher. Hier. Mit zwei Schlägen. Alter, was ist denn denn gemacht? Eine Rolle? Wie? Ah, die sind immer hart. Die Ritters. Oh, da kommt der mit seiner blöden... Mit seiner blöden... Ein Fackel. Ich steig mal ab. Okidoki. Trinken wir nochmal an. Red Bull, ne? So. Was haben wir hier? Ein schlummerndes Ei. In so einer Truhe. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Okay, was ist denn da unten los? Was geht denn da für eine Scheiße ab? Das sieht doch nicht gut aus. Okay, wir... Wir machen aber erstmal hier vorne die Ruinen oder die Burg oder was das auch immer sein soll. Da vorne ist wieder so ein Flammenwerfertyp. Ja, das ist ein Banner. Also ich denke mal, das wird irgendein Lager sein oder sowas. So sieht's aus. Checken mal kurz die Lage. Ich steig mal ab. Das Pferd ist dann doch immer ein bisschen bockig. Das hat er eben leuchtende Augen. Das hat mir gleich mal 900 Tacken geschenkt. Okay. Die scheinen hier irgendwas zu bewachen. Nein, er hat mich nicht gesehen. Er auch nicht. Ups. Ey, Kamera? Alter, was macht der denn da? Damit kann ja ein Zirkus auftreten. Ui, was kommt denn da von Regen? Jetzt wird's hier aber lustig, du. Kämpfen wir ja jetzt hier mit allen Tricks. Das war ein schöner Dreier. So, meine Freunde. Aber was ist das denn? Was soll das? Alter. Ich glaube, da müssen wir gleich mal hinreiten. Okidoki. Dann holen wir mal unser Pferdchen. Noch mal ein Erfrischungsgetränk und dann ab nach oben, ne? Da vorne ist er. Ah, das ist ein Bogenschützel. Das ist ja mal interessant. Du hörst auf zu tröten, ja? Oh mein Gott. Steh doch auf. Steh doch auf. Alter. Der kann zu spät. Aber, Haller. Einfach machen die es einen hier nicht. Oh, der Bogenschützel. Sag mal, geht's noch? Hat der ein... Alter, was hat der denn für einen Bogen? Ich will deinen Bogen haben, Alter. Gib ihn her. Unfassbar. Aber hier einfach mal so durchreiten und durchrocken ist nicht, ne? Hier muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich höre einen Skarabeus. Wo ist der? Da unten? Mal suchen. Wo ist denn der? Ich höre ihn doch. Ach, da oben. Und da rollt er runter. Sack. Oh, markier den doch rein. Eins. Zwei. Zwei. Ach, was willst du denn? So, jetzt ist hier aber Ruhe. Alles klar. Hier ist nix. So, dann können wir, glaube ich, langsam in die Burg da vorne oder in den Turm. Ne, doch, das ist eine kleine Burg. Definitiv. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und hier unten kann man nach Limgrave gucken, ne? Und da ist diese kaputte... Das sieht natürlich extrem geil aus mit dem Himmel. Das hat auf jeden Fall Screenshot-Potenzial für die Folge. So, einmal kurz stehen bleiben. Alles klar. Dann habe ich schon mal ein Thumbnail. Gut, gut. Wir haben jetzt die... Kann man hier auch hochgehen? Als Option? Ne. Ich wollte schon sagen, wir hätten dann die Option, da hochzugehen, aber anscheinend... Wobei das Treue verschlossen aussieht, ne? Aber geht's hier außen rum? Schauen wir doch mal. So, wieder irgendeine Schweinerei hier. Gucken, was die Spielers so geschrieben haben. Voraus, voraus. Geht's hier bestimmt einmal rum. Da steht auch einer. Als Wache. Oh nein! Alter, hab ich Glück. Alter, mit dem Ausweich muss man natürlich auch passen, ne? Bei der Höhe hier. Also, dann wächst aber kein Gras mehr. Hier können wir hoch, auf jeden Fall. Ach, das sind diese Flammenwerfer-Idioten. Alter Schwede. Zwei Stück gleich. Aber die können wir ja ignorieren. Das ist gut. Mal hoch da, ne? Bin ich schon mal gespannt. Oh, was ist das denn? Alter! Okay. Artiger Löwe. Artiger Löwe. So, du fällst jetzt mal runter. Wärmender Stein. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Ich glaube, da geht's sowieso jetzt mal nicht... Doch, man könnte die Leiter runtergehen. Oh, der hat mich entdeckt. So. Hey. Na? Oh, 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 oh. Lässt du das? Okay, der ist down. Jetzt haben wir nur noch einen. Aber der scheint eine starke Hausnummer zu sein. Er hat's schon gekontert. Weg, weg, weg. Trinken, trinken, trinken. Und dann kriegt er einen, mein Freund. Ja, wir müssen halt sehr viel, sehr beweglich sein, ne? Mit dem Bild halten wir halt nicht viel aus. Aber das passt schon. Erbe der Sternengeißel. Okay. Gucken wir doch mal. Er scheint ein Talisman zu sein. Erhöht die Stärke. Von... Um fünf Punkte. Schon nicht schlecht. Das eine erhöht den Glauben. Und das ist die Stärke, ne? Jeweils um fünf Punkte. Schon nicht schlecht. Oh, hier hockt einer. Was hat er zu sagen? Lass das Fest des Krieges beginnen. Erd, General Radan, mit dem Ruhm eines Kriegers. Es liegt in euren Händen, Sir Yeren. Oh. Ich bin aber nicht Sir Yeren. Da hat er mich wohl verwechselt. So. Das sieht erstmal nach nix aus. Dann gucken wir mal, was da oben ist. Irgendwas? Nö. Weiter. Hier haben wir ein Portal. Das ist interessant. Das ist auch das einzige. Dann nehmen wir das jetzt einfach mal. Ich markiere es aber trotzdem vorher nochmal auf der Karte. Und dann ein Männchen, was geht, ist für mich ein Portal, weil man da durchgehen kann. Ist ja logisch. So, dann einfach mal testen. Okay. 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 Aber wo? Wo? Alter, wo bin ich denn? Heidewitzka. Ah, das ist natürlich schon mal eine heftige Transformation, äh, Transportation. Aber das, äh, sieht natürlich da schon übelst aus. Vielleicht kann ich das ja mal kurz aufdecken, was das genau ist. Ist ja auch ein Ort der Gnade vielleicht. Wäre ja schon mal nicht schlecht, sag ich mal. Nicht, dass ich hier gleich weggeballert werde von irgendeiner, irgendeiner Balliste oder, oder hier so ein... Katapult oder sowas. Aber ist eh zu, das Tor. Oh, Alter, was denn das für Viecher? Ah, zwei von diesen Wolfstypen. Aber was das jetzt hier genau ist, ne? Leider wird es nicht angezeigt. Wahrscheinlich muss man hier irgendwie rumlaufen. Geht's doch bestimmt wieder so'n Aufgang oder sowas. Geh runter. Uh, 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 alter, das war aber gefährlich. Ein Pferdchen geht's gleich besser. Hier ist auch irgendwo ein Skarabeus. Kann aber auch sein, dass die, ähm, an der Mauer ist. Also auf der anderen Seite der Mauer. Die hört man doch schon ziemlich weit. Hallo. Oh, noch einer. Also bislang sehe ich hier nicht, dass man hier irgendwo... Alter. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Hier. Oh, das ist ein Giftvieh. Da wollen wir mal ein bisschen raus. Ah, scheiße, er ist despaunt, ne? War bestimmt eine Kriegsasche. Ja, ja, ja. Beruhige dich. Huch. Okay. Genauer. Alles cool, alles safe. Jetzt muss ich aber ganz dringend mal was trinken. Am besten noch einen. Überreste plündern. Achtmal Schmetterling. Na, super. Eine goldene Rune 9. Das ist schon richtig heftig, was ihr droppt. Gut. Können wir auch die Leiter hier hoch? Vielleicht geht das dann besser. Mal gucken. Ich will ja nur jetzt mal wissen, was das hier ist. Muss doch jetzt hier irgendwo gleich der Name erscheinen. Weil eigentlich wollte ich ja erst in diese eine Festung, wo wir Schloss Rotmähne. Ich meine, die eine Zauberin hat auch was von Rotmähne gesagt. Ich denke mal, hier wird Radar auch sein. Also sind wir jetzt quasi genau hier hergeportet worden. Alles klar. Das Ding ist aufgedeckt. Wir wollen aber hier hin. Wir wollen da hin. Von daher, ich reite jetzt erstmal straight. Von dem Ort der Gnade reite ich einfach nach Süden und hole mir jetzt mal die Karte. Weil ich muss den südlichen Teil mal aufdecken, damit ich weiß, damit ich mich orientieren kann. Also Süden, Süden, Süden. Genau. Epp, epp. Wo ist denn jetzt die Straße hier? Da vorne ist noch ein Ort der Gnade. Aber war das nicht... Ach nee, den hatten wir glaube ich auch. Wir müssen weiter nach oben. Und das ist nicht diese Hauptstraße. Da unten geht es nämlich zu diesem Sumpf. Da sind wir nämlich da, als wir... Ich weiß nicht, in Folge... 4, 5, 6, 7, irgendwie sowas. Da sind wir doch in diesen ganzen Mist hier reingeraten. Und dann sind wir doch durch diesen kompletten Sumpf da gelaufen. Aber da vorne ist ja auch der Strahl. Wir folgen einfach dem blauen Strahl. Und dann haben wir unsere Karte. Sieht alles gut aus. Und das Perverse ist ja, wir waren ja damals bei dem Händler hier und haben einfach die Karte nicht gesehen. Die einfach 3 Meter neben uns war. Dann hätten wir das nämlich schon längst. Karte von Kellett. Jetzt können wir das auch mal angucken. Alles klar. Tor von Celia. Genau. Und das ist die Stadt der Zauberer. Da waren wir ja auch noch nicht. Und hier ist diese Festung. Also eigentlich müssen wir, bevor wir hier ganz im Süden Schloss Rotmähne machen, diese Festung machen. Definitiv. Wir gucken mal, was der noch anzubieten hat. Klar. Er hat einen Steinschmerzschlüssel. Den nimmt er auf jeden Fall. Die Rüstung ist natürlich auch ganz nice. Das ist so eine Barbarenrüstung. Und da hat das Handbuch des nomadischen Krieger 15. Was kann es denn? Fäulnis-Knochenpfeil. Knochenbolzen. Und das gefiederte Fäulnis-Knochenpfeil. Kaufen wir auch. Weil die sind ja unique, ne? Ist mir schon vorhin aufgefallen, dass man bei Händlern auf jeden Fall diese Rezepte kaufen muss. Jutti. Dann reiten wir erst mal zu dieser Ruine hier. Hier waren wir, ne? Ja, ja, genau. Genau. Da war ja auch dieses Portal. Genau. Dann jetzt mal Ruinen des Wegpunts von Kellett. Und hier haben wir auch noch welche Straße der Weisen. Die machen wir noch. Und hier diesen Sumpf. Wo auch dieser Invader ist. Ne? Das ist ja... Das kennen wir ja, weil wir wurden da ja schon ein paar Mal platt gemacht. Okidoki. Dann jetzt mal zurück zu den Ruinen. Vielleicht kommt hier ja nochmal ein Ort der Gnade. Ach du Scheiße. Ist das ein Drache? Oh mein Gott. Wir können ja mal gucken. Wir können einfach mal gucken, was der so drauf hat, der Junge. Oh, da ist diese... Diese rote Fäulnis. Da muss man aufpassen. Oh, da ist wieder so ein Fäulnis. Ok, das ist so ein Fäulnisdrache. Aber eigentlich haben wir den schon ganz gut runtergeballert. Was machst du da oben? Komm runter da. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was macht da Fäulnis? Oh mein Gott. Schön in sein Gesicht rein. Das war nicht so gut. Das war ungünstig. Muss man Pferdchen wiederholen? Der steht da ungünstig. Wir nehmen jetzt mal den Heiltrank. Und Schutztrank. Ja, komm runter, Digga. Schön dran vorbei. An die Beine, ne? Altes Spiel. Jetzt wieder ran. Ran, 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 ran. Oh, da ist die Fäulnis. Weg, weg, weg. Fäulnis darf nicht stacken. Das ist schlecht. Wir warten kurz. Okay, jetzt macht er wieder die Fäulnis. Schön dran vorbei. An die Beine. Oh, Fäulnis. Weg, weg, weg. Muss ich noch was trinken? Oh, mein Gott. Jetzt hat er sich aber selber eingefäulnist. Uh. Er war mies. Haben wir hier diese Bowl? Kommentar. Okay. Fäulnis Bowl. Vielleicht hätte ich mir den mal ins Unten reinlegen können. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen, als jetzt ins Inventar zu gehen. Egal, wir gehen wieder an die Beine. Ein Schlag noch. Jetzt hinten ran. Ran, ran, ran. Genau, jetzt dreht er sich jetzt wieder ran. Oh, das war gut. Eieiei. Jetzt hat er mein Pferd runtergut. Scheiße. Ja. Wir brauchen unser Pferdchen. Rauch damit. Und ran, ran, ran. Unten an die Füße. Sieht gut aus. Aber wir müssen uns was trinken. Ey, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Verdammt. Okay, 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 okay. Ja, mach da deine Fäulnis in, in, ins Gebirge. Das ist mir egal bei den Steinen. Jetzt ran. Oh, verdammt. Und ich habe ihn zu Fall gebracht, er mich aber auch. Verdammte Scheiße, ich habe, das Drachenherz habe ich bekommen. Aber der war auf jeden Fall machbar und alles gut. Er ist ja tot, also von daher können wir da jetzt unbeschadet hin. Er ist, er ist, wahrscheinlich durch meinen Blutungsschaden ist er zugrunde gegangen. Und ich ran an der Fäulnis. Naja, so ist das halt. Das sind dann die verzögerten Tode. Aber war auf jeden Fall sehr fordernd, der Kampf. Definitiv. Ich brauche jetzt mal meine Runen, ne, Leute. Also bevor ich jetzt weiter kämpfe, gegen welche Viecher. Und sterbe, sind die Runen weg, ne. Da ist auch ein Ort der Gnade. Wo bin ich denn verreckt eigentlich? Da vorne. Wunderbar. Haben wir. Sehr schön. Dann holen wir uns jetzt erst mal den Ort der Gnade. Wo war er? Da war der. Alles klar. Dann haben wir das auch safe. Hier, was ist mit dem los da? Er guckt da noch schön. Wie stark sind denn die? Na gut, die gehen klar. Drei Schläge. Geht klar. Eieiei. Aber beweglich sind die Jungs. Sehr beweglich. Okidoki. Okidoki. Ich bin ein Bestienknochen. Aber da vorne, beim Drachen, war da nicht noch... Das sieht aus wie eine Kirche da, ne. Die gucken wir uns nochmal an. Irgendwo müssten ja auch die Ruinen noch sein, wo wir hinwollten, ne. Aber immer eins nach dem anderen. Wir schauen uns jetzt mal... Oh, da ist ja auch ein Friedhof. Ist immer gut. Friedhöfe geben Geld. Und werden hier buddeln. Mir wird nicht gebuddelt. Guckt nicht so. Oh, was war das denn? Alter, was ist das denn, Vieh? Wo kommst du denn her, Junge? Kontroll? Das ist ja interessant. Ey, 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 den hat jetzt die eigenen Leute da platt gemacht. Aber wobei, das sind ja gar nicht seine Leute. Das sieht ja ganz anders aus. Aber da ist ja down. Ihn noch. Oh, wir haben eine Larventräne bekommen. Das heißt, wir können... Das ist hier zum Umskillen gedacht. Bei Riena, oder wie die heißt, Rinala. Ist euch mal aufgefallen, dass viele Bosse hier mit R beginnen? Ich komme hier voll durcheinander, ne. Rinala, Rinala, Remy, Demi, Rani, Honey und Rani und... Ach, was weiß ich was. Dann haben wir noch ein bisschen mehr... Mehr Diversität reinbringen können in den Namen. Da kommt man voll durcheinander. Da unten steht noch einer. Einfach so? Können wir uns an den Rand schleichen? Das wäre ja nicht ganz geheuer, wenn einer da so ganz alleine steht. Schöner Kuss. 700er. Aber alter, er scheppert gut rein. Aber wieder Abstand gewinnen, ne. Das ist ja unsere Stärke. Hey, den blutigen Schnitt sehr gut ausgewichen, mein Junge. Oh, was macht er denn hier? Aber nicht so. Nicht so, mein Freund. Aber warum sind hier so viele Nachrichten? Visionen hier von Hund? Die nehmen wir hier mit. Die sind selten. Preise umkehren. Toll. Können wir mal kurz hier gucken. Sieht nicht so gut aus. Okay, dann weiter zu der Kirche. Vielleicht gibt es da ja... ...hier so eine heilige Träne oder sowas, ne. Kathedrale der Drachenkommunion. Moment mal. Okay. Ist auch ein Ort der Gnade. Kathedrale der Drachenkommunion. Wir hatten ja... ...schon mal so ein Drachenkommunion, ne. Ein Limgrave. Oh, da ist noch so ein Typ. Hat er mich gesehen? ...stampft da vor sich hin. Jetzt können wir ihn von hinten überraschen. Seitdem, der macht hier gleich auf dem Hacken kehrt. Wie so oft. Hey, hey, hey. Und da ist er dauernd mit dem blutigen Schnitt im Gesicht. Macht keiner mehr was. So. Was ist denn das hier? Ein Pinguin. Es gibt auch Flugfedern. So, da haben wir jetzt unser... ...unser täglichen Kill in jeder Folge. Also Drachenkommunion. Also hier kann man ja diese Herzen beschweren, ne. Aber das war ja bei der einen Kathedrale so, dass man das nur nachts konnte. Wo ist das Portal? Ist das das hier? Ne, da vorne. Ritual. Ah, ja. Da kann man hier Grejols brüllen. Boah, wie viel Glaube und Arkan man braucht, ne. Das habe ich alles überhaupt nicht. Aber ich könnte mir theoretisch, könnte ich mir fast alles holen. Wobei, der braucht drei Drachenherzen hier, ne. Das ist natürlich schon heftig. Fauliger Atem. Ja, den habe ich auch so. Da brauche ich das nicht. Smarag Schimmerstein. Ach so, das ist von dem Smarag. Stimmt. Alles klar. Also jeder Drache gibt dann auch hier... ...gibt dann auch hier, ähm... ...diese Anrufungen. Das ist interessant. Also muss man einen Drachen töten. Ganz klar. Ganz einfach. Kappa. Okay. Aber ich würde sagen, das war jetzt mal die erste Folge, ne. Wir suchen jetzt eine schöne Stelle aus, um diese Folge hier zu beenden. Damit wir dann in der nächsten Folge weiter starten können. Hier mit dem roten Himmel. Wunderbar. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bei dieser Folge dabei zu sein. Und ich hoffe auch, ihr seid bei der nächsten dabei. Wenn es heißt, let's play Elden Ring. Mein Name ist Profi-Amateur. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.